In unserem heutigen Video zeigen wir euch eine Cutout-Animation. Was das ist und wie das funktioniert, das wollen wir euch in diesem Video erklären. Also, bleibt dran! Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute werden wir wieder eure Kreativität bei der Videobearbeitung mit Filmora11 stärken. Heute werden wir euch zeigen, wie ihr eine Cutout-Animation erstellen könnt. Die wird vor allem derzeit oft in Instagram Reels verwendet. Ihr überlappt dabei einfach mehrere Bilder und vor allem habt ihr dabei immer erstmal den Hintergrund von eurem eigentlichen Bild, was ihr zeigen wollt, ausgeschnitten, bis ihr dann zu dem Bild hinführt. Somit könnt ihr dann durch mehrere Bilder ziemlich coole Reels erstellen und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Vorweg sei anzumerken, achtet darauf bei euren selbstgemachten Fotos, dass das Objekt, was ihr in den Vordergrund drücken wollt, vor allem auch klar und deutlich sichtbar ist, damit es am Ende vom Hintergrund auch sauber getrennt werden kann. Nur so kann nämlich das Ergebnis am Ende auch optimal wirken. Bevor wir nun mit der eigentlichen Bearbeitung beginnen, gehen wir hier in Filmora11 auf Datei und gehen dann auf die Einstellungen. Dann klicken wir hier oben auf Bearbeitung und setzen die Fotodauer von 5 auf 2 Sekunden. Dann klicken wir hier auf OK. Danach werden wir jetzt nun die Bilder importieren. Und wenn ihr dann alle Bilder auf der Timeline abgelegt habt, seht ihr hier schon, dass die Bilder eben auch 2 Sekunden von der Länge nur sind. Nun, wenn wir diese Bilder jetzt hier haben in dieser Abfolge, geht es darum, von diesen Bildern vor allem noch den Hintergrund zu entfernen, sodass wir eben wirklich nur das Hauptobjekt im Vordergrund haben. Ihr könnt, um den Hintergrund von euren Bildern zu entfernen, das Ganze natürlich selbst zum Beispiel mit Photoshop vornehmen. Ihr könnt aber auch ganz einfach auf photoroom.com gehen und dann klickt ihr auf Hintergrund entfernen und dort könnt ihr dann euer Bild hochladen und könnt den Hintergrund von diesem Tool entfernen lassen. Ladet dort also einfach euer Foto hoch, wartet den kurzen Moment ab und danach könnt ihr den Hintergrund ganz einfach entfernen. Ihr seht nämlich dann, dass ihr hier oben auf transparenten Hintergrund klicken könnt und schon könnt ihr dann das neue Bild ohne Hintergrund hier herunterladen. Danach legt ihr diese ausgeschnittenen Bilder wieder in Filmora 11 ab und geht nun an die Stelle, zum Beispiel hier, wo das Bild von dem Bild in das überlappt, geht dann direkt so in die Mitte und legt dann hier schon. Bei diesem Bild legen wir also kurz vorher überlappend auf diesem Bild das andere ausgeschnittene Bild ab, dass das hier eben schon beginnt. Und das Ganze übernehmen wir jetzt eben auch für die anderen Bilder, also wenn dann hier dieses Boot folgt, legen wir davor eben auch schon das ausgeschnittene Boot hier ab, wo das Bier am Strand steht und das Ganze folgt dann so bis zum Ende. Wenn ihr damit dann fertig seid, könnt ihr dieses Video dann einfach hier als Vorschau rendern und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr euch dann hier euer Animation Cutout Video anschauen. Wenn euch das von der Zeit noch etwas zu lang sein sollte, könnt ihr natürlich auch die Geschwindigkeit von den Bildern nochmal reduzieren, sodass das Ganze dann auch noch schneller funktioniert. Vergesst dann natürlich auch nicht, das Video in dem gewünschten Dateiformat hier oben zu exportieren. Und nun wisst ihr, wie eine Cutout Animation in Filmoral 11 funktioniert. Probiert es doch einfach mal aus, um eure Instagram Follower nochmal etwas zu begeistern und schreibt uns doch mal einen Kommentar, ob ihr eine Cutout Animation schon kanntet, beziehungsweise des Öfteren schon gesehen habt. Ansonsten soll es das jetzt von diesem Video gewesen sein. Wir sagen vielen Dank fürs Zusehen, bleibt kreativ und bis zum nächsten Video. Werde vom ersten bis zum letzten Bild eurer Videos selbstbewusster? Egal welche Art von Videos ihr erstellt, Filmoral 11 hilft euch dabei. Mehr zu erreichen.